Ey, sag mal, Alter, hast du nicht gehört, was mein Kollege eben gesagt hat? Und jetzt klickst du schon wieder, du blöden Hammel! Ey, sag mal, wie doof bist du eigentlich? Ey, nicht klicken heißt nicht klicken! Warum klickst du? Äh, 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 könnte ja nichts anderes mehr als... Boah, ey! Hör mal, den hab ich gerade schon gesehen! Da hat er schon geklickt! Da hab ich schon gedacht, ey, diese Fresse, die macht das doch noch! Mach doch mal! Voll Haus! Der da, ne? Ey, den merk ich, den schreib ich auf, ey! Das geht bis ganz oben, Freundchen! Das wirst du bereuen, no! Wir wissen, wo dein Haus ist! Ey, Leute, gibt's...